Ellenberger GmbH und Co. KG. Ein mittelständisches Unternehmen, welches sich in den letzten Jahren zu einem starken Partner in der Metall-, Guss- und Aluminiumverarbeitung entwickelt hat. Gegründet wurde die Firma im Jahre 1983 als Werkstattbetrieb. Seit dem Einstieg des Wirtschaftsingenieurs Kai Ellenberger im Jahre 2001 wurde die Firma kontinuierlich weiter aufgebaut und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Ein sympathisches Team aus ca. 30 qualifizierten Mitarbeitern produziert und bearbeitet mittlerweile für weltweit namhafte Kunden Metallteile, die ihren robusten Einsatz in Millionen von Fahrzeugen, Maschinen und Motoren Tag für Tag erfolgreich verrichten. Die ständig wachsende Produktion ist mit den modernsten CNC-Maschinen sowie Robotereinheiten ausgestattet. Roboterzellen mit der Anbindung von Entgratstationen sowie Reinigungsanlagen und Signiereinheiten sind nur ein kleiner Teil der vielen Produktionsmöglichkeiten im Hause Ellenberger. Hand in Hand unter einem Dach arbeitet die Konstruktion mit der Arbeitsvorbereitung, der Betriebsleitung und der Produktion sehr eng zusammen. Dadurch lässt sich nicht nur die Abarbeitungszeit des Kundenauftrags verringern, sondern am Ende auch die Kosten für den Kunden minimieren. Bei Kai Ellenberger geht es kontinuierlich um die Entwicklung von neuen Innovationen. Stillstand bedeutet Rückschritt für ihn. So investiert er ständig in neue Roboterlösungen, um nicht nur die Produktivität zu steigern oder die Produktion wirtschaftlicher zu machen, sondern es geht ihm zusätzlich darum, handlingsintensive und schwere Arbeitsgänge für den Mitarbeiter wesentlich zu vereinfachen. Vor allem die Präzision spielt hier eine wesentliche Rolle. So investierte der Inhaber in spezielle 3D-Messverfahren, welche bis in den Mühbereich die verschiedenen Kundenprodukte absolut exakt kontrollieren. Erst wenn der Messspezialist die Produkte nach absoluter Korrektheit freigibt, wird die Produktion gestartet und der Kunde beliefert. Schon ab dem ersten Kundengespräch wird deutlich, dass Kai Ellenberger darauf bedacht ist, dem Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket zu bieten. Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt realisiert das Unternehmen mit großer Leidenschaft jeden Kundenwunsch. Und das auch für fast unlösbare Aufgaben. Bei einer guten Betreuung geht es um eine gute Kosten-Nutzen-Relation und eine detaillierte Produktionsbeschreibung. Und das ab dem ersten Gespräch bis hin zur Fertigstellung und zum Versand. Die Liebe zu seinem Beruf und der ständige Wille, Dinge wirtschaftlicher und effizienter weiterzuentwickeln, beschreiben die Leidenschaft von Kai Ellenberger. Kai Ellenberger hat es nicht nur geschafft, für seine Kunden Produkte in Top-Qualität zu produzieren, vielmehr ist er ständig darauf bedacht, dass eine Weiterentwicklung in der Automatisierung stattfindet. Denn eine stabile Automatisierung bedeutet für den Kunden nicht nur den ganz klaren Vorteil der Effizienz und einer prozesssicheren Fertigung, sondern auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für seinen Auftrag. Ökonomie und ökologisches Denken sind bei Kai Ellenberger von Anfang an eines der wichtigsten Themen, um energieeffizient und umweltschonend zu produzieren. So hat der Inhaber zum Beispiel in eine 165-Kilowatt-Peak-PV-Anlage auf seinem Firmendach investiert, um einen Großteil seines Stromes, den er für die Maschinen benötigt, über Sonnenenergie zu gewinnen. Des Weiteren investierte er in ein Konzept, welches Bearbeitungsspäne wieder zu 100% verwertbar macht. Es gelingt ihm einerseits damit, die Späne in feste Metallpresslinge zu verarbeiten, um diese wieder verwertbar zu machen und andererseits schafft er mit dieser Methode auch, den Kühlschmierstoff aus dem Metall so zurückzugewinnen, dass er diesen wieder als reine Bearbeitungsemulsion für seine Maschinen nutzen kann. Kai Ellenberger steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit, was aber nur mit einem qualifizierten, guten und starken Firmenteam realisierbar ist. Deshalb ist der Inhaber immer darauf bedacht, dass ein übergreifender Teamgedanke stattfindet. Nicht nur die fachliche Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters, sondern die gute Atmosphäre und die gut funktionierende interne Kommunikation macht ein Firmenteam erfolgreich. Kai Ellenberger – ein Team, ein Unternehmen, eine Leidenschaft. Körnchen